Das komisch ist, wir haben jetzt über 20 Jahre so eine Spülmaschine, mein Mann hat das Prinzip noch nicht begriffen. Der stellt mir, ja, guck mal da, ja, ha, ha, Hammer, oder? Treffer an Tisch 11, Hammer, Hammer. Der Ralf, der stellt den leer gegessenen Teller auf die Spülmaschine, obendrauf. Ich sag Ralf, das bringt nichts, da kommt gar kein Wasser hin.